Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie gestern schon angekündigt, fange ich heute mit den Daily Vlogs an. Und wie ihr seht, habe ich wieder mal das Haare und ich bin auch noch im Badezimmer, weil ich mich noch ein bisschen fertig machen muss, bis ich dann zum Ritz fahre. Und ich würde sagen, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich den Zug auch nicht verfasse. Und los geht's! Bevor ich fahre, kümmere ich euch auf jeden Fall noch schnell um meine Hamster. Also während ich weg bin, werden die auf jeden Fall auch versorgt. Also keine Sorge. Und ja, das mache ich jetzt noch schnell. Dann packe ich jetzt schon meinen Koffer. Ich bin jetzt schon im Zug angekommen. Und es ist hier gerade sehr laut, weil sehr viele Leute reden. Und genau, ich will jetzt gleich ein bisschen schneiden. Und jetzt ist es echt laut, fällt mir gerade auf. Naja, was soll's. Ich will jetzt einfach ein bisschen hier rumsitzen und schneiden. Und es halt irgendwie sinnvoll nutzen. Und genau. Leute, ich weiß nicht, ob ihr schon mal alleine in den Zug gefahren seid. Aber wenn, kennt ihr das, wenn ihr so das erste oder das zweite Mal auch noch, oder vielleicht auch noch das dritte Mal, ich fahre ja erst zum zweiten Mal alleine Zug, wenn da so ein Mini-Hochklano ist und ihr denkt so, oh mein Gott, wie ein Gleisen gleich. So könnt ihr das. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal alleine Zug gefahren seid. Also ich denke mal Zug gefahren seid ihr schon mal. Aber alleine so, ich finde, da denkt man direkt so bei dem ersten Lukler so, oh mein Gott, ich bin gleich tot, wie ein Gleisen. Es brennt gleich der Zug oder so. So Leute, ich bin jetzt schon in Köln angekommen. Hallo. Und wir werden jetzt gleich noch ein Video drehen. Und da werde ich glaube ich noch ein bisschen was mitfüllen. Aber dann werde ich den Look auch beenden. Und genau. So, wir sind jetzt schon in der Zelda schon, wenn ihr sagt, ein Video aufnehmen. Und das kann man sich dann mal Moritzchen angucken. Ähm, hallo. So Leute, das war es heute mit meinem Video. Wir haben jetzt hier das gedreht und hier sind schon ein paar Schleims. Aber so viel zeige ich euch. Das seht ihr dann morgen in Moritz seinem Video. Und auch, warum ich jetzt gerade so aussehe. Ja, du hast mich bocky gemacht. Guck mal, der kleine Broddy. Oh, wasch. Broddy möchte auch ein bisschen schleimig, schleimig machen. Oh, wasch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.